Rechtsklick Gruppe hinzufügen. Gehe auf YouTube und habe jetzt hier YouTube Test mit dem Icon. Wie startet man so einen Assistenten zu machen? Theoretisch kann jedes Teilbild zu einem Assistenten umgewandelt werden. Man wählt meistens das Hochformat, weil am Schluss im Assistenten das alles so rauskommt und man wird es ja wahrscheinlich nicht im QR-Format verwenden. Aber gut, das bleibt euch überlassen. Um jetzt so ein Basic zu haben, kann man sich auch die einzelnen Assistenten in ein Teilbild legen lassen. Das heißt, ich mache beim vorhandenen Assistenten, wenn ich den überarbeiten möchte, einfach ein Rechtsklick drauf, Kopie speichern als Teilbild. Und jetzt lege ich das einfach mal in Teilbild 11 ab. Ja, dann gehe ich in Teilbild 11 rein. Machen wir hier den Zusatzteilbild zu und in 11. Ja, genau, das ist mein Bauteilgeschoss. Da habe ich meine Wände drin, meine Mauerwerkswände, meine Stützen, Unterzug und Dämmung. Ja, ich mache den Unterzug auf dasselbe Teilbild wie Wände, da der Unterzug meistens auf den Wänden aufliegt und zusammen bewährt wird auf einem Teilbild. Also, Unterzug, selbes Teilbild wie Wände. Gut, dann haben wir hier unsere Türen, Durchbrüche und so weiter und so fort. So habe ich meinen Assistenten erzeugt. Und wenn ich den überarbeitet habe und abgespeichert habe, am besten noch mit Datum irgendwo belegen, dann geht das Ganze in die Speicherung. Dann geht man auf das Kopie, Speichern als Assistent und Anzeigen. Dann wählt man sich den dementsprechenden Pfad aus und erzeugt so eine NAS-Datei. Das mache ich jetzt einfach mal Probehalber, speier das ab und jetzt fragt mich Alpern, wie soll der neue Assistent heißen? Ich nenne ihn jetzt einfach mal YouTube. Also ein Reiter im Assistenten-YouTube. Gut, das könnte ich jetzt ewig lang fortsetzen. Der Assistent selber ist eine NAGD-Datei und die NAS-Datei ist sozusagen der Assistent. Jetzt schauen wir uns das mal genau an. Ich gehe dazu in meinen Explorer und schauen wir uns das Ganze mal an. Was wir jetzt erzeugt haben, ist diese NAGD-Datei. So schaut das Ganze aus. Und jetzt wollen wir vielleicht noch Icons hinzufügen. Das können wir gerne tun. Wir erstellen uns einen neuen Ordner. und den nennen wir Icons. Wir erstellen uns eine neue Bitmap-Datei. Das heißt, wow. Hallöchen. Pinnt man wohl nicht. Dann holen wir uns so, pinnt. Das haben wir 12 auf 16. Nehmen wir mal 16 auf 16 Pixel. Das heißt, wir zoomen uns rein. Wir machen das Ganze ein bisschen größer. Ja, wir machen uns ein Icon. Da malen wir jetzt so schön es hin. Jipp. So ein Kreis. Und dann noch rot. Subgrid zeigen. Wunderbar. So, der speichern wir jetzt ab. Speichern unter. Den Pfad von eben. Kopieren wir uns. Gehen hier rein. Und das Ganze nennen wir jetzt zum Beispiel W1 Ico speichern. Das haben wir hier. W1 Ico. Wir gehen zurück. Und dann gehen wir in diese Datei rein. Dann sehen wir hier erstmal Geschoss ist die NAS-Datei hier. Und der Name hier taucht hier in Alperna auf. Das heißt, wir können hier auch einfach mal was anderes eingeben. Und was wir jetzt noch machen, ist ein Icon hinzufügen. Dafür müssen wir hier Icon File. Wir müssen hier noch was rauslöschen. Hiermit gehen wir in diesen Ordner rein. Und dort erinnern wir uns unsere File Hies W1 Ico. Und dann hier noch diese Zeichenansätze erweitern. Einmal auf Speichern. Wir schließen das Ganze. Ich entferne hier mit Rechtsklick diese YouTube-Gruppe. Damit ich es erneuern kann. Rechtsklick Gruppe hinzufügen. Gehe auf YouTube. Und habe jetzt hier YouTube-Test mit dem Icon. So könnt ihr euch eigene Icons anlegen an eigenen Assistenten. Und schaut auch noch dementsprechend gut aus. Als letzten Tipp noch. Diese Datei immer kopieren und einfügen. Denn wenn ein Ding überarbeitet wird. Zum Beispiel ein Assistent gelöscht wird. Etwas hinzugefügt wird. Oder irgendjemand im Büro macht da irgendeinen Blödsinn. Dann überschreibt es diese NRG-Datei. Und ihr habt keine Lust, wenn ihr da 10 Reiter habt. Jedes Mal diese Icons wieder neu zuzuweisen. Aus diesem Grund. Einmal immer eine Sicherheitskopie dabei haben. Und schon klappt es auch. Ja. Jetzt Video liken. Abonnieren nicht vergessen. Und euren Kollegen davon erzählen. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao, ciao. Servus.